Ein helles Licht scheint, strahlend der Morgensonne, Banaschus Geschenk. Dunkler Donner dröhnt, das Gras ist benetzt von Tau, eine Krähe kräht. Ich stehe im Wind, Sonne hinter den Wolken, die Krähe fliegt fort. Banaschus Gaba heißt dieses Gedicht. Gedichte sind auch immer sehr schwer zu verstehen, aber an sich ganz cool. Die Lyrik hat was, finde ich. Auch wenn sie heute im Prinzip fast nicht mehr zeitgemäß ist, aber... Für manche Menschen ist sie doch noch recht ansprechend. Ja, es gibt solche Menschen. Auch junge Menschen. Kriegen wir da was? Ah ja, doch, seht ihr? Federn! Und meine Beuteltasche ist fast voll. Ich finde das ja sowieso schon so nervig, dass dauernd jemand was sagt, wenn... Also, dass das Spiel dauernd meckert, wenn alles voll ist. Und jetzt meckern die schon, wenn es fast voll ist. Dann ist er noch besser. Alles gut, aber bei euch scheint es wohl nicht so... Was ist passiert? Ganz freundlich, hallo AJ. Und dann heult er wieder rum. Ich finde es doch cool, dass die Vegetation... Vegetation jetzt so unterschiedlich ist. Da haben wir hier Nadelbäume, wieder Laubbäume, alles dabei. Echt cool. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Ach, der Gyrocopter ist da wieder gespawnt. Hier ist da... Hier ist auch der Gyrocopter, der ich da gelandet habe. Ah, ich bin so ein Typ einfach. Na, dann können wir hier durchgehen. Okay. Na, vielleicht schaffen wir es ja doch noch, da anzukommen. Mal gucken. Schaffst du das, AJ? Ja. Oh, hier ist irgendein Vieh. Oh, was sind das? Affen! Cool. Affen töte ich nicht. Affen sind cool. Seid denn, sie greifen mich an, aber... Das glaube ich nicht. Ein kleiner Tümpel. Gibt es hier was zu finden? Wie geil das Wasser aussieht. Wie schön sich die Sonne hier drin spiegelt. Nur in der Kiste. Raxi. Eine Beutetasche, die fast voll ist. Und Granaten. So, bevor wir uns jetzt erneut aufmachen. Dorthin zu gehen. Die Informationen zu suchen. Ah, doch, hier ist die andere Geiselmission. Die können wir jetzt wirklich nur machen. Ähm. Ne, wenn wir jetzt wieder hier sind, versuche ich das nochmal. Will ich jetzt ganz gerne aber mal... Meine Sachen müssen aufwerten. Ich habe aber irgendwie die Angst, dass ich jetzt... ...damit die Mission auslöse, wenn ich jetzt hier reingehe. Ich habe aber kaum Munition, wie ihr seht. Scheiße. Ich werde jetzt eigentlich keine andere Mission jetzt gerade noch irgendwie aktivieren. Ich gehe einfach so los. Ist der Gyrokopter da jetzt wieder? Ja, er ist ja wieder gespawnt. Danke, Spiel. Dankeschön. Oh, da knallt es aber heftig. Diesmal in Gelb. So. Ja, erneut dürfen wir fliegen. Cool, wie... ...den Wind, wie die Pflanzen, wie die sich bewegen. Das ist ja geil. Und erneut steigen wir in die Höhe. Jetzt muss ich doch klappen, auf die Map gucken. Ja, wir sind jetzt richtig. Wir müssen da jetzt hinfliegen. Jetzt bin ich mal geradeaus. Ich weiß nicht, wo ich langgeflogen bin vorhin. Oh. Wo geht denn der Ding ganz hin? Der Gyrokopter ist gerade... Ich drücke W und er fliegt sonst wohin. Karma. Beende Karma-Ereignisse oder drehe... ...mahne Mühen, um Karma zu erhalten. Erhöhe dein Karma-Level, um Schützenhilfe-Upgrades zu erhalten. Und erreiche höhere Karma-Level, um am Handelspostenpreis-Achler zu erhalten. Wieso zeigt der mir das jetzt an? Ich bin schon den ganzen Karma-Level gestiegen. Und weil da unten sind wieder Verbellen im Gefecht. Komisch, komisch. So, jetzt sind wir hier, glaube ich, auch auf... ...auf... ...der richtigen... ...auf dem richtigen Weg. Oder? Ich fliege schon wieder dahin, ne? Freunde. Da hat er ja immer gemeckert. Wie komme ich denn dahin, wo ich hin will? Ich fliege einfach mal den Weg entlang. Ich glaube, das ist am besten. Ich bin hier irgendwie über riesengroße Berge fliegen. Die Landschaft ist auch so schön. Was haben wir denn da unten? Ach so, der Gyrocopter ist ja wieder gespawnt. Also, mal einen neuen. Ich steige mal eben. Ich habe das Gefühl, man sinkt auch ein bisschen. Oh, dann seht euch diese Weitsicht an. Oh, ist das genial. Ist das cool. Da dieses Haus da hinten. Und dann hier so ein Steg mit so einem kleinen... ...Dach drauf. So ein... Oh, ist das idyllisch einfach. Genial. Da können wir gleich mal einen Abstecher zu dem Glockenturm hier machen. Wie der Fluss sich einfach durch die Landschaft zieht. Und in diesem riesigen Fluss da endet. Hier oben drauf das Haus. Und dann wieder diese riesigen Berge. Boah, dieses Spiel. Alter. Battlefield ist ein Dreck dagegen mit der Optik. Dementsprechend habe ich auch ein paar Frame-Drops. Aber wie ich Ihnen diese Aufnahmen auch schon erzählt habe... ...liegt das auch einfach an der Performance des Spiels... ...die wirklich unbedingt noch gepatcht werden sollte. Da hinten blicken auch noch Türme, wie ihr seht. Oh, das sind aber Gegner. Und nicht nur einer. Kann man da drauf landen? Oh, 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 Schüsse. Oh, shit. Pass auf, Freunde. Wir machen das jetzt mal so. Das ist ganz gewitzt hier. Wir sind ja oben. Die können uns ja in dem Sinne gar nicht so... ...so viel anhaben. Das Problem ist nur, dass meine Munition ganz schön... ...im Arsch ist. Scheiße, jetzt ist auch alle... ...nur Seitenwaffe. So. Scheiße. Ich glaube, ich lande hier einfach mal mit dem Gyrocopter. Fuck, jetzt ist das so ein scheiß Typ. Geh mir doch aus dem Weg. Wisst ihr, wenn ich jetzt mehr Munition hätte? Und raus, da. AJ, raus. Gib du dich, Mann. Gib du dich doch. So, stirb. Aua. Gott, AJ. Fuck, ich bin gerade echt am Arsch mit meinem Bogen hier. Oh, wieso trifft er nicht? Ich habe keine Pfeile. Aua. Jetzt hat der Sprengpfeile ausgerüstet. Das geht ab. Weil er sonst keine Pfeile mehr hatte. Normaler Pfeil, da haben wir jetzt mal drauf umgeschalten. Kriegen wir auch nochmal einen Pfeil. Gleich durchsuchen. Braucht ein bisschen MP-Money. Genau, Munition für MPs. Ich muss jetzt einfach mal die ganzen Gegner durchsuchen, auch wenn wir übelst viel Krempel kriegen. Aber ich brauche die Munition einfach. Ich glaube schon, hast du Muni? Geld, ja, ich brauche dein Geld nicht. Keiner. Uah. Aber was zu lesen, haben wir zur Abwechslung. WG? Äh. Weiß ich nicht. Stadt der Schmerzen. Satish. Du hast fantastische Arbeit geleistet, Kumpel. Wirklich beeindruckende Ergebnisse. Wie du weißt, werde ich Q-Rat für ein paar Wochen verlassen. Und wie immer schmeiße ich vorher eine Party in der Stadt der Schmerzen für meine besten Leute. Die gute Nachricht ist, du bist dabei. Ich melde mich bald mit den Details. Leiste weiter so gute Arbeit. Du machst dem Titel eines Corporates wirklich alle Ehre. Manchmal trifft man eine richtige Entscheidung. Manchmal trifft man eine Entscheidung richtig. Paul de Pleur. Denkt jemand, er ist ein ganz großes Tier. Paul de Pleur. Wer ihn jetzt gerade nicht kennt oder ihm kein Begriff ist. Das ist der Mann, mit dem wir am Tisch saßen im Intro. Der auch unseren guten Freund da gefoltert hat. Ich denke immer, ich finde in den Kisten irgendwie Munition oder so. Deswegen zerstöre ich die immer. Aber das sieht wohl nicht so aus. Eine Maxi-Binde. Meine Beutetatsch lief, was voll ist. Und wieder mal Geld, was überhaupt nicht brauchen. Es ist so sinnlos in Far Cry mittlerweile irgendwie Sachen zu durchsuchen. Während wir hier mit unserer silbernen Skorpion hier ein bisschen klettern. Ich würde mal interessieren, ob jetzt hier auch noch Gegner sind. Aber ich glaube nicht. Ah, das ist der mobile Händler. Bitte lauf nicht zu weit weg. Ich möchte nämlich gleich noch Sachen verkaufen. Ob meine Beutetasche fast voll ist. Wir müssen hier wo lang? Genau. Ja. Zack. So. Hier lang. Zack. Dann haben wir schon mal eine farbehafte Aussicht. Da auf dem See ist auch nochmal so ein paar schicke Gebäude hier. So. Nein. Scheiße. Oh, da kann ich jetzt nochmal... Einmal rundherum. So, die Tante, die Propagandatante quatscht hier wieder. Oh, jetzt bin ich fast zu weit gesprungen. Wieso ist hier ein Pfeil drin? Maja, wir nehmen ihn denn mal auf. Ähm. Töte Soldaten der Royal Army und rette ihre Geiseln. Wo? Da hinten irgendwo. Ich bin auch gerade hier im Turm. Ja, darf ich bitte mal? Okay. So. Man muss sich noch dran gewöhnen, dass man hier, also ich zumindest, dass man in Far Cry 4 auch einfach Dinge, die im Nahkampf wegtreten kann. Das konnte man nämlich... Oder Dinge zerstören kann. Das konnte man nämlich in Far Cry 3 nicht so einfach. Das eröffnen natürlich gleich ganz neue Möglichkeiten. Während hier unten Gegner rumlaufen. Aber ich bin hier ganz weit oben. Das stört mich nicht. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, da. Okay. Geht's hier runter? Naja, nicht gleich. Jedenfalls nicht sofort. Stürb! Nein. Gut. Du bleibst heile, aber du stirbst. Was steht da überhaupt drauf? Ich drehe meinen Kopf und sage, Küratii. Ah, alles klar. Also, steht zwar T drauf, ist aber keiner drin. Okay. Jetzt gibt's da unten ein sammelbares Objekt. Ich würde es gerne aufnehmen. Wo ist es? Ich kann's nicht sehen. Vielleicht ist es auch weiter unten. Es wäre natürlich jetzt Verschwendung, es nicht umzunehmen. Kann man die irgendwie Leute... Boing! Hm. Wir gucken später. Du hältst jetzt erstmal die Klappe, Fräulein. Zack. Glockenzogen befreit. Was gibt's denn hier so Schönes zu entdecken? Brabins Haus. Satjus Trauerkamera. Und eine wilde Kamerafahrt geht in den Tigerbau. Kostenlos am Handelsposten eine neue Pistole. Neue Aktivitäten! Und ein sammelbares Objekt. So wie 800 XP. Sammelbares Objekt. Wo bist du? Ein Gyrokopter steht da unten noch. Hm. Ich würde dich gerne finden, sammelbares Objekt. Wer are you? Nein! Uah! 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 Das war jetzt nicht meine Absicht. Scheiße! Hm. Oh, oh. Fuck. Scheiße. Na, wisst, ey. Komm, schau. Nicht getroffen. What? Wieder nicht getroffen. Es ist zum Kotzen. Ah, die Kugel muss raus. Ich hab gerade permanenten Munitionsmangel. Shit! Take down, mein Freund. Gib mir deine Munition. Das Spiel will, dass ich mich heile. Gut, dann machen wir das. Die Wunde... Aua. Muss ausgebrannt werden. Oh nein! Ich wechsle gerade mal den Bogen. Auf die AK. Das ist einfach besser. Ich hab nicht getroffen. Die Dauer ist das mit dem Boden. Doch, scheiße. Lol. Ah. Umgetreten, die Sau. Oh. Aua. Und das... Das steckt ja noch im Arm. Nein! Ah. Wieso? Dein Ernst? Ich wollte doch nur einen sammelbaren Gegenstand. Mal dieses Pagamin-Regierungs-Army-Pack. Komischerweise habe ich jetzt beim Ladebildschirm schon wieder unglaublich niedrige Frames. Wie ihr sehen könnt, habe ich einfach mal Standbilder zwischendurch. Was in der ersten Aufnahme überhaupt nicht der Fall war. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. So, auch das Spiel muss ich jetzt etwas fangen. Bitte komm zurück, liebe Spiel. Danke. Ja, da ist es. Jago, da wäre der gejagt. Erreiche Camp Alpha. Und wieder mal einen Frame-Drop. Noch einer. Sag mal, langsam reicht es aber. Will mich der Spielgott verarschen. Okay, ich wollte die Aufnahme eben, ähm, ich kann sich ja keine angucken mit diesen ganzen Frame-Drops hier. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ah, der Gyrokopter ist jetzt weg. Nein, weil ich gestorben bin. So eine Scheiße. Wo zum Teufel ist dieses verfickte sammelbare Objekt? Ich. Da. Freunde. Das ist das Letzte, was wir tun. Wir gehen hier nochmal rauf. Und holen uns, was uns gehört. Ah, den Bogen haben wir jetzt. Immer noch. TRK hat er jetzt also nicht übernommen. So. So, dann gehen wir einmal hier rundherum. Und dann müssen wir das doch haben, ne? Oder? Ja, da ist es. Boah. Wie komme ich da ran? Ähm, bitte? Wie soll man da rankommen? Was? Soll ich denn mit dem Gyrokopter ranfliegen und das abnehmen, oder? Oh, was? Der Adler greift hier wieder Leute an. Wie soll denn das funktionieren, bitte? Äh. Komm schon. AJ, los. Gib alles. Alles. Ich gehe mal ins Stockwerk weiter nach oben. Wenn ich wüsste, wie. Hö, hö. Da. So. Da kletter ich jetzt hoch. Das muss doch irgendwie gehen, verdammt. So, hier rechts hängt es. Oh, hat der Adler gerade... Ihr könnt ja nochmal kurz Pause machen im Video. Und die Geschwindigkeit herabstellen. Da ist, glaube ich, gerade ein Adler vorbeigeflogen mit einem Hasen zwischen den Klauen. Da seht ihr es. Wie geil ist das denn? Ist das das Fallen? Oh my God. Boom. Aha. Krass. Das Spiel überrascht einen auch immer wieder. Aber wie zum Teufel soll man da jetzt mit da rankommen? Das ist jetzt wirklich, glaube ich, was für die ganz ausgefuchsten Sammler hier. Kann man das nicht zerstören einfach? Komm schon. Das muss doch irgendwie gehen. Für den goldenen Pfad. Das. Es geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding hier holen soll. Wahrscheinlich stelle ich mich völlig blöd an. Ich sehe auch gerade echt kein Mittel hier irgendwie. Hm. Naja. Gut. Auf diesem Turm und an dieser Stelle mit... Ich suche mir nochmal einen schönen Ausblick. So für die letzten Worte. Jetzt beenden diese Aufnahme. Ah, ist das schön. Einfach hinsetzen und die Ruhe genießen. Ah. Ja, ja. Gut, Freunde. Ich beende damit die Aufnahme. Ich bin euer Tiba. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Videos einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Oder schreibt Kommentare auf Anregungen, wenn ihr Ideen habt. Oder sagt, ey, komm, das war aber ein bisschen... Kannst aber besser machen, mein Freund. Ja, dann könnt ihr mal das ruhig schreiben. Ansonsten sehen wir uns natürlich in der nächsten Aufnahme. Und im nächsten Video. Bis dann. Ich bin euer Tiba. Weiterhin viel Spaß mit meinen Videos. Adios, amigos. Tschaußen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020